Tödlicher Frontalzusammenstoß Bei einem Unfall auf der B426 ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Bundesstraße bei Höchst im Odenwald musste für den Rettungseinsatz vollgesperrt werden. Der Unfall ereignete sich auf der Straße zwischen Höchst im Odenwald und dem Ortsteil Dusenbach. Nach Polizeiangaben waren gegen 18 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei wurde ein mindestens ein Mensch tödlich verletzt. Es lagen noch keine Informationen vor, ob weitere Menschen verletzt wurden. Die Polizei kündigte weitere Informationen an. Am Unfallort waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Angaben zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei am Abend noch nicht machen. Der Einsatz auf der Bundesstraße dauerte mehrere Stunden. Wegen der Bergungsarbeiten war die Straße vollgesperrt. Screenshots von Keutz TV News, wie published bei polizei.co in Kugel wurde eine Angriffeil Vielen Dank.